Wir suchen die Komplexität, weil es keine einfachen Antworten gibt. Wir suchen die Fragen, die noch keiner gestellt hat. Wir wollen die Dinge anpacken, die eine Nummer zu groß für uns sind. Wir sehen die Zukunft grün, bunt und in der Grauzone. Dynamisch, digital und vielversprechend. Es ist uns nicht egal, wohin sich die Welt entwickelt. Darum sind wir auf der Suche nach Lösungen. Es braucht Spannung, um Funken zu schlagen. Und Kontraste, damit Formen sichtbar werden. Wir gehen an unsere Grenzen und sprengen sie. Wir entwerfen mit Codes, designen Paragrafen und malen mit Molekülen. Wir sind die Managerinnen, die Ingenieure und die Designer der Zukunft. Wir sind Partnerinnen und Gefährten. Lernen voneinander. Wachsen miteinander. W значtitelung. Untertitelung des ZDF, 2020